ich grüße dich schön dass du hier wieder eingeschalten hast ja es ist wieder mal an der zeit hier wieder alles so wieder zu machen wie es damals war aber wir verstehen ja unsere liebe regierung unter motto weniger inhalt mehr bezahlen und ich halte es wirklich für sehr 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 dreist dass die menschen eigentlich mehr bezahlen als wir im inhalt drinnen ist da können wir auch schon mal anfangen mit ein cordon blumen für 12 euro 70 das ist zu viel das ist definitiv viel zu viel und wenn wir dann einen neuen bundeskanzler wählen der wenigstens mal sagt ja wir müssen alles senken damit die menschen wieder mehr zum leben haben bin ich dann bei aber wenn wir unseren bundeskanzler beibehalten dann wird es nur noch in chaos und desaster enden das kann ich euch jetzt schon sagen aber wie auch immer gut ding braucht immer weil ich denke mich jetzt mal raus ich wünsche noch einen schönen halloween und ja es wird halt weil morgen gehen ja die menschen ihre angehörigen besuchen am friedhof die verstorben sind weil alle heiligen